Habt ihr es schon gehört? Die Natur ruft! Es gibt wieder tolle Pflanzen und Pilze zu entdecken und das werden wir jetzt auch machen und wir nehmen euch mit. Viele von euch haben es gewusst, das hier ist die wilde Karde bzw. das was noch übrig ist vom letzten Jahr. Diese Teile hier wurden früher aber tatsächlich auch so gesammelt und verwendet, nämlich um Wolle aufzurauen, also in der Weberei. Besser vielleicht nicht die Haare damit kämmen, ich würde es jetzt nicht machen um mit meiner Wolle aufzurauen. Gehört schon eher in die Weberei, mittlerweile wird es aber nicht mehr so viel verwendet. Man sieht jetzt von der Karde auch schon so Blattrosetten, die kann man auch essen, die Blätter sind aber sehr sehr bitter und es gibt auch eine Karde, die gibt es in Südeuropa, die wird auch als Karde bezeichnet. Das sind also auch Blätter, die werden angebaut als Wintergemüse und dann werden die abgedeckt für eine Zeit lang, dass kein Licht mehr ran kann und dann sind die weniger bitter. Aber tatsächlich handelt es sich dabei um eine andere Art, also das ist nicht genau das gleiche. Beide werden aber in der deutschen Sprache teilweise als Karde bezeichnet. Und die Wurzel von der Karde war insbesondere früher ja in der Naturheilkunde sehr viel verwendet bei verschiedensten Sachen. Mittlerweile ist die aber ein bisschen in Vergessenheit geraten. Es ist wieder so weit, man kann grünes Gold ernten. Das kommt jetzt so langsam aus der Erde raus an die Erdoberfläche und da haben wir was richtig schönes, nämlich die Brennnessel. Wir sind hier an so einem südexponierten Standort. Das heißt, hier gibt es viel Sonne und Wärme und hier ist auch so ein kleiner Fluss nebendran und da ist die an solchen Orten jetzt schon richtig weit, wie man hier auch sehen kann. Die mag ja so nährstoffreiche Standorte, da muss man halt auch so ein bisschen gucken. Natürlich kommt sie ja eigentlich schon auch eher so in Auwäldern und sowas vor und so ein bisschen sowas in der Art ist es hier auch nicht ganz, aber fast. Und die kann man jetzt wunderbar ernten. Also bei uns gibt es eigentlich keinen Frühling ohne die. Denn wenn die jetzt so jung ist, wie hier, die hier, so klein, die ist jetzt hier so vielleicht fünf Zentimeter oder so, da ist sie einfach noch perfekt. Da sind die noch richtig schön mild und da kann man wunderbar Spinat draus machen oder die einfach auch entsaften. Das machen wir also sehr gerne. Eine ordentliche Ladung Brennnesseln sammeln und dann entsaften. Denn da drin stecken so viele Mineralstoffe. Sowas Gutes, was die Natur uns da einfach so gibt kostenlos und dann auch eben so eine Pflanze, die so unfassbar häufig ist. Besser kann es eigentlich gar nicht laufen. Also das ist wirklich ein ganz tolles Frühlingsgeschenk immer. Da kann man sich richtig austoben und die eben irgendwie kreativ verarbeiten. Ja, wir haben sie euch ja auch schon mal ausführlich in einem Porträt vorgestellt, aber jetzt geht es definitiv los. Die Brennnesselzeit, jetzt kommt sie. Hier sitzen wir jetzt im grünen Meer des Frühlings. Einfach wunderbar, was hier im Hintergrund abgeht. Richtig schön. Ein richtiges Paradies natürlich auch für alle, die gerne Wildkräuter sammeln wollen. Ja, sowas. Da freut sich das Auge und noch vieles mehr. Was jetzt hier so ein bisschen raussticht, hier überall diese gelben Tupfel so bildet, das ist das Milzkraut. Besser gesagt, das wechselblättrige Milzkraut. Ja, warum ist es jetzt genau das? Weil wir hier eben so abwechselnd die Blätter haben. Eins ist auf der Seite und dann wesentlich später kommt dann nochmal eins auf der anderen Seite. Das ist ein richtiger Frühblüher auch, der jetzt eben schon Anfang März anfängt zu blühen. Ja, und auch Mitte März, Ende März. Da hat er so echt so einen Peak, so eine Hauptzeit. Und wir haben oben diese wunderbaren gelblichen Blüten, die dann so ein bisschen gebettet sind auf so ein paar grünen Blättern. Das sind richtig die Frühlingsfarben in dieser Pflanze vereint. Ja, warum heißt es Milzkraut? Weil die Blätter wohl so ein bisschen so ähnlich aussehen wie eine Milz. Und das eben dann in der Geschichte, da gab es ja die Signaturenlehre, eben für die Milz verwendet worden ist. Weil es sieht so aus wie Milz, hat man gedacht, hilft auch der Milz. Das kann man eben auch ganz gut essen. Es ist schon sehr bitter, also es ist definitiv ein sehr bitteres Kraut. Hat aber auch blumige Noten, definitiv. Ja, also die sind jetzt auch nicht zu unterschätzen bei der Bitterkeit. Empfiehlt sich jetzt nicht, das so als Hauptzutat zu nehmen, wenn man jetzt einen Salat macht oder einen Smoothie oder irgendwas. Aber so ein paar von diesen Köpfchen kann man da schon mit reinmachen. Halt so ein bisschen. So als i-Tüpfelchen zur Abrundung für den Geschmack, dass es richtig rund wird und natürlich auch gesund ist. Ja, apropos gesund. So viel weiß man eigentlich gar nicht über diese Pflanze. Also es ist jetzt nicht so super untersucht wissenschaftlich. Ja, was da eigentlich so drin ist, was die so kann. Ist so eine dieser klassischen Pflanzen, wo man kaum was weiß, obwohl sie extrem häufig ist. Ja, die wächst eben sehr gerne an feuchten Stellen, an Bachläufen und sowas. Ja, hier ist jetzt nicht direkt ein Bach, aber es ist schon hier so eine Senke, wo sich hier eben sehr viel Grün bildet, weil die Erde ist hier sehr feucht, der Boden. Da sammeln wir also ein bisschen was von. Das ist hier in Begleitung jetzt in dem Fall vom Scharboxkraut, was jetzt auch mittlerweile richtig schon so auf dem Höhepunkt eigentlich ist. Denn ja, da wird es nicht mehr lange dauern. Das fängt bald an zu blühen. Dann kann man es ja nicht mehr ernten. Und da sammeln wir jetzt natürlich auch noch jede Menge von. Das haben wir euch ja auch schon mal in einem Porträt vorgestellt. Das ist ja schon ein bisschen besser auch wissenschaftlich untersucht und so. Hier haben wir das Scharboxkraut. Und da kann man auch leicht verwechseln jetzt hier an so einem Standort mit dem Milzkraut. Denn das Milzkraut hat jetzt nämlich nicht nur diese schönen Blüten, sondern es hat auch immer so Blätter auf dem Boden. Das sehen wir hier. Und man sieht aber schon, dass diese Blätter, die auf dem Boden wachsen, sind ja doch wesentlich gekerbter so als jetzt das Scharboxkraut. Und was auch noch ein sehr markanter Unterschied ist, die sind behaart, die vom Milzkraut. Das Scharboxkraut hat keine Haare. Das Blatt ist vom Milzkraut schon. Ist jetzt eine Verwechslung in dem Fall, die nichts macht. Außer, dass es halt das Milzkraut sehr bitter ist. Wenn man jetzt davon eine ganze Hand voll nimmt, was man vielleicht ja machen würde beim Scharboxkraut, dann kann es schon sehr intensiv bitter werden. Also das ist dann nur etwas für etwas hartgesonnene. Aber ja, wie dem auch sei, hier ist jetzt auf jeden Fall Frühlingszeit angesagt und wir werden jetzt hier richtig schön sammeln. Denn das sind zwei wunderbare Wildkräuter des Frühlings, die einfach nur herrlich schmecken und auch gesund sind und toll. Hier haben wir das Leberblümchen und das hat Blätter, die sind dreilappig. Das Leberblümchen fängt jetzt an zu blühen. Einer der Frühblüher ist es. Und wir sehen es hier sehr zahlreich. In dem Fall hier so überall. Wir sind hier in einem Wald, das wächst hier überall. Also wirklich auf einer riesigen Fläche verteilt, was natürlich sehr, sehr schön ist. Denn es hüllt den Boden immer so ein bisschen in so ein paar lila Töne. Die Blütenfarbe erinnert vielleicht auch so ein bisschen ans Märzfeilchen. Die Form ist aber natürlich schon ganz anders. Ja und es gibt da auch wirklich tolle Farbabstufungen. Manche gehen schon fast so ein bisschen ins Weißliche. Andere sind so richtig kräftig lila gesättigt. Die können auch mal in Richtung Rosa gehen. Beim Leberblümchen ist es auch ganz ähnlich wie beim Schneeglöckchen. Ja, da gibt es also auch eine riesige Fangemeinde. Also ganz viele Menschen, die sich da mit der Zucht beschäftigen und eben versuchen da neue Farbkreationen und besonders große Blüten und sowas zu züchten, wo dann eben auch entsprechende Preise teilweise für gezahlt werden, für besondere Zuchtsorten, die dann halt richtig teuer über den Tresen gehen. Das Leberblümchen ist ansonsten aber sehr geschützt. Das heißt also nicht ausgraben oder sonst was. Also jetzt nicht so an wilden Standorten da buddeln und sich welche mitnehmen, soll man auf jeden Fall nicht tun. Denn es ist ja leider relativ selten. Es braucht schon bestimmte Bedingungen, die nicht immer so erfüllt sind. Im Idealfall ist es auf jeden Fall ein Kalkboden. Also der muss auf jeden Fall gegeben sein und dann sollten auf jeden Fall auch so ein paar Laubbäume da sein. Also das ist auch recht wichtig. Hier sind jetzt gar nicht so viele an der Stelle speziell, aber überall in dem Wald verteilt schon so ein paar. Man sieht es ja hier auch am Laub. Hier liegt überall Buchenlaub rum und sowas. Also hier gibt es schon ein paar. Der Wald sollte halt nicht zu krass da der Eingriff von Menschen stattfinden. Meistens da gibt es sonst Probleme. Wenn alles passt, kann die Pflanze aber angeblich richtig, richtig alt werden. Also man sagt, eine Leberblümchenpflanze kann schon mal über 300 Jahre alt werden. Ja, sogar weit über 300. Haben wir jetzt selber noch nicht nachgeprüft, ob es wirklich so ist, aber erzählt man sich so. Der Name kommt eben von der Blattform und auch so ein bisschen von der Verwendung, was man früher mal damit gemacht hat. Wie gesagt, jetzt auf jeden Fall nicht mehr pflücken sowas. Man hat sie also eingesetzt für die Lebergesundheit. Ja, gegen Leberleiden, wegen der Signaturenlehre. Weil eben das Blatt aussieht wie eine Leber, dachte man auch, das hilft der Leber. Ja, ob es so stimmt, wurde nie wirklich jetzt weiter nachgeforscht. Denn die Pflanze ist auch so ein bisschen giftig. Sie enthält das Proto-Anemonien, was wir ja von sehr, sehr vielen Pflanzen kennen, gerade jetzt im Frühjahr, die jetzt auch anfangen zu blühen. Das ist also roh, auf jeden Fall eine giftige Angelegenheit. Und erst getrocknet, da verschwindet es dann und gekocht und so. Guckt euch dann mal das Scharburgskraut-Video zu dem Thema an. Da geht es auch recht ausführlich um diesen Stoff. Ansonsten gibt es auch noch einen kleinen Brauch. So wie man früher ja gefühlt fast jede Pflanze und jeden Zweig, was es irgendwie gab, am Scheuntor aufgehangen hat, um so böse Kräfte fernzuhalten. Gibt es also auch beim Leberblümchen den Brauch, den man früher gemacht hat, dass man die ersten drei Blüten im Jahr essen sollte. Und das soll dann schützen vor Fieber und sonst was ja im Rest des Jahres. Also eben so ein bisschen unerkrankbar machen. Hat man aber eben auch wieder mit fast allen Blüten gemacht, so gefühlt. Also wenn man mal so ein bisschen recherchiert, ja zum Beispiel auch beim Gänseblümchen wurde das ja wohl gemacht und bei vielen anderen. Also so ein Muster, was sich irgendwie durch die Geschichte zieht und eben ganz viele Arten betrifft. Es muss nicht immer Bärlauch sein, sprach das Pferd zum Warzenschwein. Ja so geht eine alte Weisheit, die ist schon mindestens 10.000 Jahre alt. Das machen wir jetzt auch und wir sammeln jetzt nämlich einfach mal schönen Giersch. Denn der Giersch, der ist jetzt sowas von am kommen, da kann man eigentlich gar nicht mehr nein sagen. Hier haben wir jetzt so ein riesiges Feld, einfach ein richtig schöner grüner Teppich aus Giersch und Scharboxkraut. In dem Fall hier wächst auf einer Fläche von vielleicht zehn Quadratmetern mehr Giersch, als man jemals essen kann. Sowas ist natürlich top. Ist hier so ein bisschen halbschattig. Ja hier steht so ein bisschen Holunder und ein paar Laubbäume, aber es ist auch so eine Art leichte Lichtung. Also sowas mag er ganz gerne, so ein bisschen halbschatten und ja allzu trocken sollte es auch nicht sein. Nährstoffreich ist es auch, also viel Stickstoff am Boden. Das mag er auch gerne. Und ja der Korb, der ist voll. Wir machen daraus nämlich Linsensuppe. Also mit Giersch und Linsen und Garamassalla und solchen Sachen. Schmeckt einfach immer extrem köstlich. Denn der Giersch hat einfach dieses tolle Aroma nach Petersilie und Mango. Das wusste man auch ja tatsächlich schon seit sehr langer Zeit. Hier so in Mitteleuropa, Nordeuropa wurde der Giersch ja auch in Klostergärten angebaut. Wahrscheinlich eben auch tatsächlich als Gemüsepflanze, aber auch als Heilpflanze. Denn er wurde in der Geschichte bei Gicht verwendet. Hat sich aber nicht so durchgesetzt. Der scheint jetzt nicht so super gut zu funktionieren vielleicht. Wer weiß. Wurde auch wissenschaftlich nie weiter untersucht. Das ist nicht mehr so üblich. Aber eben als Gemüsepflanze kann man den natürlich wunderbar verwenden. Viel Vitamin C, Carotinoide, Eisen, Calcium. Also auch was sowas angeht einfach eine Toppflanze. Da kann man absolut nicht meckern. Wahrscheinlich war er auch bei den Römern sehr beliebt. Denn es gibt so ein bisschen die Vermutung, dass die Römer den Giersch zum Beispiel auch so Richtung England gebracht haben. Dass sie den da mitgebracht haben. War also früher sehr beliebt. Denn um die Jahreszeit gibt es eigentlich jetzt noch nicht so viel im Sinne von Früchten und sowas. Deswegen guckt man jetzt so auf den Boden, wo es so langsam grün wird. Und da gibt es jetzt eben das ganze Essen. Die ganzen tollen Kräuter, die jetzt dem Körper richtig viele Vitamine geben nach dem Winter. Wie sieht der Giersch aus? Ganz klassisch. Kommt hier wieder die Zahl 3 ins Spiel. Denn zum einen, wenn wir uns die Stiele angucken, sind die so ein bisschen dreieckig. Auf der Oberseite haben sie wie so eine Rille. Und insgesamt sieht es aber so dreieckig aus. Und dann haben wir eben diesen Stiel. Der teilt sich dann auf zu dreien. Und da kommen dann so diese Blätter. Und die sind jeweils auch gerne immer zu dritt. Ja. Also hier haben wir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und hier auch 1, 2, 3. Und hier, wie gesagt, teilt sich zu dreien auf. Also wir haben dreimal die Zahl 3. Ja. 3, 3, 3. Number of the Giersch sollte man nicht vergessen. Muss aber nicht immer so sein. Also ja, ist nur so eine Faustregel, die jetzt nicht so ganz perfekt ist. Ein bisschen stümpehaft. Denn wie man hier sieht, kann der Giersch auch einfach mal 2 haben. Ja. Gerade hier an den seitlichen haben wir hier jeweils 2 Blätter. Und hier oben haben wir dann nur 3. Gibt es auch. Ja. Aber im Zweifelsfall einfach immer auf die 3 achten. Dann ist man vielleicht ein bisschen sicherer. Denn man will es jetzt nicht mit anderen deuten, Blütlern verwechseln. Dann gibt es ja schon den ein oder anderen giftigen. Der Schierling, der gefleckte Schierling sieht schon ziemlich anders aus, wenn man da mal Bilder vergleicht. Aber wer weiß, der kommt jetzt auch. Der kann auch schöne grüne Teppiche ausbilden. Ja. Die stinken dann aber nach Urin und sowas. Und man hat das Gefühl, die wollen schon richtig, dieser Duft will schon so den Atem wegnehmen und irgendwie einen erwürgen. Also da kann man auch schon teilweise über so die Geruchswahrnehmung Unterschiede feststellen. Ja. Mal ganz jenseits von der Optik. Aber ja. Also Giersch sammeln ist jetzt auf jeden Fall die Devise. Hier blüht es jetzt schon so richtig früh im Jahr. Und was wir hier haben ist der Seidelbast. Eine sehr schöne Pflanze, die wir vor allen Dingen so in Mittelgebirgslagen finden können. Ja so in Norddeutschland gibt es die auch, aber ein bisschen seltener. Aber eigentlich gibt es die in Europa doch recht verbreitet. Wir finden den Seidelbast vor allen Dingen an kalkreichen Standorten. Und ja gerne eben auch so Auwälder. Teilweise aber auch so in anderen Laubwäldern. Hat auch so ein bisschen schon Potenzial, so ein leichter Morchelindikator zu sein. Ja muss nicht. Aber die Standorte, die können sich schon überschneiden. Ja. Auf alle Fälle. Wir haben jetzt hier eben diese wunderschön blühende Pflanze, die jetzt eben teilweise schon im Februar angefangen hat zu blühen. Und jetzt im März so richtig ihren Höhepunkt erreicht. Und wir haben diese rosanen Blüten, die immer so vier Blütenblätter haben. Und die einfach unglaublich intensiv duften. Also man riecht es teilweise schon aus weiter weiter Entfernung, wenn der Wind günstig steht und so. Und dann merkt man, oh hier ist irgendwas auf jeden Fall richtig schön am Blühen. Und dann ist es oft einfach nur so ein ganz kleiner Strauch, der aber wirklich so eine Kraft ausstrahlt, dass man es von sehr, sehr weit entfernt schon wahrnehmen kann. Das macht er wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Denn dieser Strauch hat nämlich auf jeden Fall was Schönes für Insekten. Nämlich jede Menge guten Nektar. Gerade so langrüstige Insekten. Zum Beispiel auch viele Schmetterlinge. Gerade jetzt auch so Schmetterlinge, die sehr frühzeitig im Jahr schon auftreten. Also beispielsweise Zitronenfalter profitieren da immens von. Von so einer früh blühenden Pflanze. Aber auch Bienen zum Beispiel und Hummeln. Also wirklich was ganz Schönes. Ja, es riecht ja nun wirklich sehr intensiv. Und da könnte man denken, naja, vielleicht kann man da ja ein schönes Blütenwasser draus herstellen oder so. Und einen schönen Kuchen mitbacken. Sollte man aber doch lieber nicht tun. Denn die Pflanze ist extremst giftig. Wirklich sehr, sehr schlimm giftig. Da sind zwei Giftstoffe drin. Ja, vor allen Dingen auch in der Rinde. Aber auch in den Samen später im Jahr. Aber eigentlich überall. Und die machen so verschiedene Dinge. Also beispielsweise können die Lippen anschwellen. Die Zunge kann anschwellen. Die Mundschleimhaut wird gereizt. Übelkeit, Erbrechen, Durchfälle, Kopfschmerzen, Schwindel. Kann auch einen Kreislaufkollaps geben. Kann der Niere schaden. Da gibt es viele Sachen und das führt dann bis hin zum Tod oft. Also da ist auf jeden Fall die Schwelle dann auch recht schnell erreicht. Nichtsdestotrotz hat man früher dennoch damit Sachen gemacht. Man hat es tatsächlich auch innerlich verwendet, die Pflanze und zwar als Abführmittel und Brechmittel. Da gab es so einige. Eigentlich ziemlich viele Pflanzen, das merkt ihr ja vielleicht in unseren Videos, die so sehr giftig sind, wurden oft als Abführ- oder Brechmittel verwendet. Ja, weil eben die Giftwirkung dann so ist. Aber es ist halt immer auch ein bisschen gefährlich. Aber teilweise hat man es dann gemacht. Vielleicht sogar bei Vergiftungsfällen. Da hat sich dann schon jemand vergiftet und hat man gesagt, ja komm, nimmst du noch ein bisschen von der Giftpflanze. Und dann wirst du richtig schön kotzen und dann geht es dir vielleicht wieder besser. Vielleicht stirbst du aber auch. Schauen wir mal. Dann hat man damit auch noch äußerliche Sachen gemacht. Ja, tatsächlich. Es wurden wie so Pflaster daraus hergestellt. Die sollten so ein bisschen die Durchblutung fördern an den jeweiligen Stellen und auch so den Lymphfluss anregen. Ja, ist eben auch so ein bisschen so eine Sache. Denn das Gift wirkt auch äußerlich. Also man kann jetzt so eine Pflanze schon anfassen und wird jetzt nicht gleich sterben. Aber wenn man da jetzt so einen Saft vielleicht daraus zubereitet oder so ein Pulver oder sowas, das ist dann schon wirksam auch auf der Haut. Und das führt dann zu Entzündungen, Bläschenbildungen. Ja, die Haut kann sich dann auch so ablösen an den Stellen jeweils, wenn man da unvorsichtig ist. Das kann auch unschön sein. Ja, und man hat nicht nur das gemacht, sondern man hat es auch tatsächlich bewusst so eingesetzt, um solche Blasenbildung und sowas auf der Haut zu provozieren damit. Weil man dachte, dass das Gifte ausleitet und so entschlackend, entgiftend wirkt. Also auch eine sehr, sehr gefährliche Sache kann eben auch so bleibende Schäden auf der Haut verursachen, Verfärbungen und sowas. Also wenn ihr euch jetzt fragt, ob ihr das in eure nächste Frühjahrskur mit einbauen solltet, ist die Antwort definitiv nein. Die Pflanze hat auch noch so ein bisschen Brauchtum und Mythologie im Handgepäck. Also zum einen steckt im botanischen Namen ja der Name Daphne, griechische Mythologie. Und die Daphne, die wurde von ihrem Vater in ein Lorbeergewächs verzaubert, weil der Apoll war so verliebt in sie und irgendwie war das dann vielleicht alles nicht so richtig erwünscht und so. Und so ist es passiert. Ja, und dieser Strauch trägt eben den Namen Daphne mit im eigenen botanischen Namen. Und dann war die Pflanze auch noch so ein bisschen im Brauchtum verankert, also sie sollte wohl so ein bisschen vor Hexen schützen. Sie sollte wohl auch die Kühe dazu ermutigen, mehr Milch zu geben. Deswegen hat man die dann gerne auch mit so Ästen aus Seidelbast auf der Weide herumgetrieben, die Kühe. Also war dann so die Hoffnung, dass sie dann mehr Milch geben. Ja, also was richtig Schönes, was man jetzt eben im Frühjahr, vor allen Dingen auch so in Auwäldern, eben auf kalkhaltigem Boden finden kann. Meistens riecht man es vor allen Dingen als erstes, ja, der Seidelbast. Zum Atmen unter Wasser, da brauchst du manchmal einen Schnorchel und zum Totholzverdauen, da brauchst du manchmal eine Lorchel. Hier haben wir jetzt eine, nämlich die Scheibenlorchel. Die ist ein toller Frühlingspilz, ja, denn im Frühling gibt es eben nicht nur Morcheln, sondern auch andere Pilzarten. Und die ist mal wieder so ein Beweis dafür, was Totholz doch für ein toller Lebensraum ist, ja. Also der wirklich viel Leben ermöglicht erst und viele Arten dadurch erst gefördert werden, die es sonst vielleicht gar nicht gäbe. Denn hier haben wir jetzt so einen Fichtenstumpf und der ist schon so richtig morsch, ne. Also hier, wenn man hier anfasst, der ist schon richtig weich und auch feucht, wie so ein Schwamm an der Stelle. Und da fühlen sich diese Pilze jetzt eben so richtig wohl und jetzt ist das richtige Wetter, die richtige Jahreszeit und da kommen die Scheibenlorcheln. Den Pilz findet man tendenziell eher so im Mittelgebirge und Gebirge, aber auch im Flachland. Also wir haben den auch schon in Brandenburg finden können, teilweise sogar eine recht große Zahl. Und der kommt jetzt eben so, im März vor allen Dingen, kann man den finden, diesen Pilz. Und der kommt dann auch gerne so in richtig großer Zahl, ne. Also hier auf dem Stumpf, hier so im oberen Bereich, ja, da sind bestimmt so 30, 40 Fruchtkörper oder sowas. Die sind jetzt noch relativ klein, ja, also teilweise gerade mal so ein Zentimeter im Durchmesser. Die können noch viel größer werden, also teilweise bis zu 15 Zentimetern, ja, müssen aber nicht, können auch mal nur 10 sein oder sowas. Gerade sind auch so die Ränder noch ziemlich so hoch gebogen. Ja, manche sind so fast noch so halbkugelig. So zum Alter hin breiten die sich dann immer mehr aus und werden immer flacher auch, ja, also wie so Teller. Ja, wir sehen es von innen sind diese Pilze so braun, ja, so ein mittlerer Braunton. Und von außen ist es eher so ein, ja, weißlich Sandcreme, ja, sowas in der Richtung. Und sie haben keinen besonderen Geruch oder sowas, das ist jetzt ganz wichtig. Denn jetzt so März, April ist ja auch die Zeit für Morchelbecherlinge. Und das wäre auf jeden Fall so ein klassischer Verwechslungspilz, ja, nur die Morchelbecherlinge wachsen am Boden und die hier wachsen eben auf Holz. Ja, du kannst mal sein in seltenen Fällen, dass das Holz so komisch vergraben ist, dass man das nicht jetzt richtig erkennt, dass es eigentlich eben Holz ist und man denkt, das ist der Boden. Aber dann wird man spätestens beim Geruch eben hier merken, die riechen nach eigentlich fast nichts und die Morchelbecherlinge riechen dann richtig schön nach Chlor. Es wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht allzu schlimm, denn dieser Pilz wird teilweise, in manchen Büchern, in unseren Internetseiten steht einfach, der ist essbar, fertig, Punkt. Und woanders steht, der ist nicht essbar. Also man merkt schon, da ist ein bisschen was im Busch, ja, das ist also umstrittenes Thema. Da gibt es jetzt nicht so eindeutige Sachen, ja, die man jetzt findet. Da findet man widersprüchliche Aussagen auf verschiedenen Quellen. Ja, warum ist es so verwandt? Und eben mit allerlei Gelörch, ja, mit Leucheln und zum Beispiel ja auch mit der Frühlingsgiftleuchel, die ja nun wirklich sehr giftig ist, ja, und sehr viel Gyromitrien enthält und einfach eher nicht so empfehlenswert ist, ja, da selbst wenn man sie gut zubereitet, kann es immer noch gefährlich sein. Hier sind jetzt wohl nur Spuren davon drin und dann kommt ja hinzu, dass wenn man den Pilz erhitzt, was man unbedingt machen sollte, wenn man ihn überhaupt essen will, dann entweicht dieses Gift, ja. Also das ist nur sehr, sehr wenig drin und dann entweicht es, man sollte vielleicht ein Fenster aufmachen oder so Abzugshaube anmachen, denn es geht in die Luft rein. Ja, dann sind die eben je nachdem, ne, ob man es will oder nicht, essbar oder nicht. Also wir haben die schon gegessen, fanden die auch recht gut, aber das muss man definitiv selber entscheiden, ja. Es ist jetzt eben definitiv nicht so der klassische Speisepilz wie ein Steinpilz, wo er jetzt ganz eindeutig ist, dass man den auf jeden Fall essen kann. Bei dem ist es so ein bisschen, naja, mit so ein paar Sternchen und Kleingedrucktem, ne, sagen wir mal so. Aber die nehmen wir jetzt hier auch gar nicht mit in dem Fall, weil es ist jetzt hier in dem ganzen Bereich eigentlich so der einzige Stumpf, der jetzt welche hat. Die sind auch noch sehr klein und ja, da lassen wir die lieber hier, dass die hier schön aussporen können und sich hier noch eher verbreiten können. Hier gibt es noch viele andere Stümpfe, die sie gerne noch befallen dürfen. Also da ist hier noch ein bisschen Luft nach oben. Hier am Wegesrand gibt es jetzt Fossilien zu sehen, lebende Fossilien besser gesagt, nämlich den Winterschachtelhalm. Ja, wie der Name das schon so vermuten lässt, den kann man eigentlich das ganze Jahr sehen, auch im Winter eben, denn der ist immer grün. Und ja, warum ein lebendes Fossil? Ja, die Schachtelhalme, die sind schon sehr alt, also schon über 375 Millionen Jahre. Ja, das ist schon eine Ansage. Damals gab es auch noch ein paar andere Schachtelhalme, also die wurden dann noch ein bisschen größer. Der hier kann ja auch teilweise über einen Meter werden, aber damals gab es auch welche, die konnten mal 30 Meter oder sowas erreichen. Also schon nochmal ein bisschen mehr, da gab es schon richtige Riesen. Die vermehren sich jetzt auch nicht so klassisch mit so Samen, sondern die haben Sporen. Also das kann man auch beim Winterschachtelhalm sehen, da gibt es dann oben teilweise so eine Ehre, wo dann eben Sporen produziert werden. Das findet meistens so im Sommer statt. Der Standort ist bei dem Winterschachtelhalm eben so Auwald, kalkhaltiger Boden. Ja, so innerlich verwendet wurde er in der Geschichte schon teilweise so als Diuretikum, also so als handtreibendes Mittel. Aber da sind auch so ein paar Alkaloide drin, die ein bisschen giftig sind, also da gibt es dann vielleicht auch bessere Alternativen. Zum Beispiel ist auch Nikotin tatsächlich drin in Spuren allerdings nur. Und dann sehr viel Silizium, was dieses Gewächs hier so zu sehr viel Festigkeit verhilft. Es ist schon eine sehr raue Angelegenheit irgendwie und eine sehr feste. Das ist eigentlich ein Nutzen, der früher dann doch wesentlich mehr so gemacht wurde mit dieser Pflanze. Nämlich wurde sie eben als Werkzeug verwendet, also als Schleifpapier-Alternative. Denn das Schleifpapier, so das Sandpapier, war ja noch gar nicht erfunden zu allen Zeiten. Und bevor es das gab, wurde zum Beispiel der Winterschachtelhalm genommen. Also so für alles Mögliche, wo man halt schleifen musste. Zum Beispiel in der Holzbildhauerei wurde es verwendet, aber eben auch um Metallgegenstände zu schleifen. Und der Winterschachtelhalm ist auch ein Teil der Geschichte der Maniküre. Ja, denn man kann ihn eben auch als Nagelfeile verwenden. Ja, irgendwie so in etwa vielleicht. Da muss man ein bisschen dran rumprobieren, aber irgendwie geht es. Ja, teilweise werden auch Instrumente daraus wohl hergestellt. Also zumindest so Teile von Instrumenten, von Flöten und sowas. Ganz interessant, ja. Ist aber dennoch jetzt auch nicht mehr so super häufig mittlerweile. Ja, warum? Ja, Klassiker. Die Auwälder sind halt leider vielerorts verschwunden und die braucht er eben. Also es braucht mehr Auwälder, mehr Flüsse, die nicht gerade sind, sondern kreuz und quer gehen. Und dann gibt es auch wieder mehr sowas. Frühlingszeit, das ist Morchelzeit, Wildkräuterzeit und mittendrin im Draußen-Draußen-Lesen-Zeit. Also holt euch unser Buch mittendrin im Draußen, setzt euch in die Sonne und genießt die Lektüre. Und dann haben wir jetzt noch ein kleines Quiz für euch. Ich bin hier ziemlich umzingelt von so einem grünen Gewächs und schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, was das für eine Pflanze sein könnte. Im nächsten Sammelvideo werden wir es dann auflösen. Dann gibt es jetzt noch zwei Empfehlungen, nämlich einmal hier ein schönes Porträt zum Bärlauch, der jetzt unbedingt gesammelt werden will. Und hier zur Brennnessel, auch die will jetzt gesammelt werden. Also viel Spaß mit diesen zwei Porträts und dann bis bald im Wald. Und hier ist jetzt noch ein paar Pflanze. Vielen Dank.